Die Freudenberg IT mit Sitz in Weinheim ist ein Full-Service-Provider, der global tätig ist. Die Hauptthemen sind SAP und Microsoft, sind seit über 35 Jahren am Markt zertifiziert. Und die Partnerschaft mit der Panaya ist bereits seit über drei, vier Jahren sehr, sehr eng und sehr erfolgreich. Aufgrund der diversen Feedbacks unserer Kunden merken wir, dass das Panaya-Tool in vielen, vielen Projekten eine große Stütze ist in den klassischen Upgrade-Herausforderungen, die jeder Kunde heutzutage hat. Die Erfahrungen haben gezeigt, die klassischen Herausforderungen in unseren Upgrade-Projekten, die sehr, sehr komplex sind heutzutage im SAP-Umfeld oder auch im Non-SAP-Umfeld, sind die, die Aufwände zu schätzen, die Dokumentationen im Bereich der Testfälle zu dokumentieren. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass das Onboarding sehr, sehr einfach ist und die Kunden dadurch einfach eine Möglichkeit haben, durch die Transparenz, die durch das Dashboard gezeigt wird, die Testfälle klar zu dokumentieren, die Lücken in den Testfällen zu sehen, aber auch gleichzeitig alte Testfälle, die bereits dokumentiert wurden, mit zu analysieren und neu darzustellen. Das zeigt ganz einfach, dass das Tool eine erhebliche Unterstützung ist im Zeitaufwand, in der Kostenersparnis, das, was möglicherweise mit anderen Tools nicht darstellbar ist.